Liebe Gemeinde, ich begrüße euch zu unserer heutigen Möbelmesse. Ich bin stolz, dass ihr alle auch diesmal wieder hierher gefunden habt. Den Weg kanntet ihr ja nun schon. Und ihr hört ja oft zu tanzen. Das Tanzen kommt später. Und ja, nun lasst uns einfach beginnen. Und zum Anfang, wie immer, gemeinsam unsere Glaubensbekenntnis ablegen. Ich glaube an das fliegende Spaghetti-Monster. Ich glaube an das fliegende Spaghetti-Monster. Die Mutter, der niemals die Energie ausgeht. Der Mutter, der niemals die Energie ausgeht. Die Gebärende des fairen klingenden Himmels und der evolutionsfreien Erde. Die Gebärende des fairen klingenden Himmels und der evolutionsfreien Erde. Ich glaube an Bobby Henderson, seinen Propheten. Empfangen durch das World Wide Web. Geboren von seiner lieben Mama. Geboren von seiner lieben Mama. Gelitten unter Kreationisten. Gelitten unter Kreationisten. Genervt, gelangweilt und veralbert. Genervt, gelangweilt und veralbert. Hinabgestiegen in das Reich des Fundamentalismus. Hinabgestiegen in das Reich des Fundamentalismus. Am dritten Tage aufgestanden zwischen Deppen. Am dritten Tage aufgestanden zwischen Deppen. Seine Website angegangen. Seine Website angegangen. Sitzend vor seinem Laptop, dem Allzeit Flatline. Sitzend vor seinem Laptop, dem Allzeit Flatline. Von dort wird er kommen, zu parodieren, die dummen und trögen. Ich glaube an das World Wide Web mit dem heiligen Pastafaritum. Ich glaube an das World Wide Web mit dem heiligen Pastafaritum. Gemeinschaft der Pastafaritum und ihres Monsters. Vergebung der Torheit. An den Biervulkanen und an die Stripperfabrik. An den Biervulkanen und an die Stripperfabrik. Amen. So, so lassen wir uns denn in unserer alten Tradition, unserer heiligen Reliquien, vom alten Gastgeber übergeben. Ich bitte darum. Ich danke dir, Bruna SpaghettiOs. Hiermit überreiche ich dir unsere heiligen Reliquien. Als da wären diese Flasche, die nach unserer Gründungsversammlung gefunden wurde im Gras. Sie beinhaltet einen Teil seiner nutligen Anhängsel sowie ein Mundhygieneinstrument. Das ist bei seiner überstürzten Flucht, am nächsten Morgen, als es sich an zu viel Bier aus dem Biervulkan gelabt habe und dann schnell wieder verschwinden musste, zurückgelassen hat. Wir preisen dich, o Flasche. Amen. Des Weiteren diese Flasche, sie wehte bei eben jener Gründungsmessung hoch am Himmel und wie wir später auf einem fotodokumentarischen Beweismittel erkennen konnten, wurde sie eindeutig von einem seiner Anhängsel gestreift. Daher ist auch sie zu einer unserer Reliquien geworden. Wir preisen dich, o Flasche. Und nun unsere vielleicht wichtigste Reliquie. Auf jeden Fall das größte Wunder. Diese Flasche wurde mitgebracht von Ulamer Kowonski zu einer unserer Messen. Zum Verzehr. Zum Verzehr. Jedoch wurde sie nicht geöffnet. Auch auf der nächsten Messe, zu der sie weitergegeben wurde, wurde sie nicht geöffnet. Selbst die dritte Messe überstand sie in tadellosem Zustand. Das kann nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Da muss das Monster seine Anhängsel im Spiel gehabt haben. Von daher ist auch dies eine unserer Reliquien. Wir preisen dich, o geschlossene Rumpflasche. Amen. Und wir preisen unsere Schwester Ellie Spirelli, die gerade in so ausdrucksvoller Weise nachgewiesen hat, dass bei uns das Weib in der Versammlung nicht zu schweigen, sondern sogar den Zäbel führen darf. Ich bitte euch alle nun zu unserem heiligen Abendmahl. Nudel von seinen nutligen Anhängseln. Wenn euch dein Allerglitz haben von mir, dein Gesicht, Gott ist aber noch nicht. Amen. Amen. Nudel von seinen nutligen Anhängseln. 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 Nudeln von seinen nudligen Anhängseln. Amen. Amen. Bier von seinem Bierbülkan. Amen. Amen. Bier von seinem... Du hast schon genug. Na gut. Bier von seinem Bierbülkan. Amen. Amen. Bier von seinem Bierbülkan. Amen. Bier von seinem Bierbülkan. Amen. Amen. Bier von seinem Bierbülkan. Heitelfatzke. Amen. Noch eitler. Bier von seinem Bierbülkan. Amen. Amen. Bier von seinem Bierbülkan. Herzen. Wer Ôh, 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 Ôh. Rauh, Ôh, Ôh. Rauh, Vauh, Nauh, Ôh, 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 Ñh, Ôh, Ôh, Ôh. unser Monster Unser sprechen. Kommen wir alle bitte mit rum? Monster Unser, dass du bist im Himmel, geheiligt werden deine Anhängsel. Deine Piraten kommen, deine Soße geschehe, wie im Himmel, so auch auf hoher See. Unser täglich Pasta gib uns heute und vergib uns unsere Reißkugeln, wie auch wir vergeben den Katerflässern. Und führe uns nicht nach Kenses, sondern erlöse uns von den Fundamentalisten. Denn dein ist die Soße und der Käse und die Leischöschel in Ewigkeit. Amen. So lasst uns denn zum Mahl schreiten. Juhu! Juhu! Ard, ard! Ard! Untertitelung. BR 2018